So, wir haben hier eine Camping-Lampe von Goal Zero und zwar die Crush Alight Chroma mit diversen Einstellmöglichkeiten. Wir haben weisses Licht, farbiges Licht, Kerzenmodus und dann auch hier den Modus mit automatisch wechselnder Leuchtfarbe. Also zahlreiche Möglichkeiten mit dieser Lampe. Die Aufladung ist wirklich via Solarpanel direkt oben montiert oder alternativ auch direkt via USB. Es ist ein Micro-USB-Lade-Eingang hier vorhanden seitlich. Es hat auch noch ein Indikatorlicht, das jeweils anzeigt, sobald die Aufladung aktiv ist oder der auch abgeschlossen ist. Das leuchtet dann rot oder grün auf. Oben hier der Montagebügel. Ein Knopf zur Bedienung. Aktuell haben wir hier den Modus mit der wechselnden Leuchtfarbe. Das schaltet automatisch ganz langsam hier durch. Und wir können auch manuell eine Farbe fix festlegen. Grün, blau, pink, rot, orange. Diverse Möglichkeiten haben wir hier vorhanden. Was auch möglich ist, via Doppelklick können wir jetzt überschalten ins weisse Licht. Hier haben wir eine schöne, angenehme Leuchtfarbe von 3000 Kelvin. Ist also nicht ein kaltweiss, sondern ein schönes, angenehmes, warmweisses Licht. Gerade für Gamping, denke ich mir das hier sehr gut gemacht. Also mit den Einstellungen mit der Leuchtfarbe. Wir haben drei Stufen. Die restlichen Stufen sind wir aktuell gerade nicht klar hier. Oder doch. Genau wie sieht es hier auf der Leuchtfarbe. Wir haben hier 60 Lumen. Höchste Stufe, Medium mit 25 und noch 6 Lumen in der tiefsten Stufe. So sieht das aus. Der Kerzenmodus ist ebenfalls noch vorhanden. Das heisst man könnte den Knopf längst drückt halten. Und dann gibt es hier so einen Kerzenmodus. Oder so ein bisschen wie das Kerzenlicht simuliert. Im Moment sehen wir es hier nicht gerade so gut. Wir tun kurz schnell das Umgebungsleicht ein bisschen abdunkeln. Dann wird es ein bisschen bemerkbarer. Jetzt zum Lieferumfang. Wir haben hier die Lampen selber. Plus einfach noch ein USB-Ladekabel. USB A zu Micro USB. So sieht das aus. Und hier noch diverse Angaben. Rückseitige auf der Verpackung. 35 Stunden Laufzeit. Maximum in der tiefsten Stufe. 6 Stunden Medium und 3 Stunden im höchsten Leuchtmodus. Und dann auch separat die Farbe. Ausgaben. Hier sind wir die genaue Leuchtdauer nicht bekannt im Moment. Und noch den Kerzenmodus. Hier haben wir 3,5 Stunden. Jetzt tun wir das Licht ein bisschen abdunkeln. Damit wir doch noch ein bisschen mehr von der Lampe selber sehen. So, unser Retour. Ein bisschen dunklerer zieht die Umgebung. Der Weissmodus. Drei Stufen. Doppelklick geht über die einzelnen Farbausgaben. Die manuell durchschalten. Grün. Blau. Violet. Pink. Rot. Orange. Und dann kann sie automatisch wieder abstellen. Bei einem weiteren Knopfdruck. Und hier kurz noch ein Blick auf den automatischen Farbwechsel. Eine sehr sehr kompakte Lampen. Sehr angenehm für Unger X. Ist extrem leicht. Und natürlich zum Schluss noch der grosse Vorteil von diesem Modell. Was wir bei dieser Lampe machen können. Das ist sehr sehr einmalig auf dem Markt. Die können wir wirklich einfach zusammendrücken. Und dann so mitnehmen für Unger X. Man kann es noch ein bisschen zusammenlegen. Natürlich etwas komplett abdrücken. In diesem Moment hat es sich gerade ein wenig verkantet hier. Und so sieht es aus, wenn sie komplett zusammengelegt ist. Super flach. Ideal für unterwegs. Für euren Rucksack, Mappen etc. Und hier noch schnell einen rückseitigen Blick auf die L. Das ist die Goal Zero Chroma. Oder ein Goal Zero Crush Light Chroma. Lampen aufladbar via Solarpanel oder USB. 60 R. Maximum Licht. Weitere Angaben zu dieser Lampe findet ihr auch via muelderautor.ch im Onlineshop. Jetzt freue ich mich auf eure Nachrichten oder natürlich auch auf eure Bestellungen.